Er war ein richtig fauler Hund, hatte nicht mal Bock auf den Anfang, lag meistens hier und da so rum und verpasste dann immer den Aufgang. Doch dann traf er diesen Typ, der gab ihm den verbalen Tritt, und er beschloss dann ganz spontan, ach ich mach einfach mal mit. Jeder Tritt in den Hintern ist ein Schritt nach vorn, so ein Tritt kann dich ermuntern und hilft meistens ganz enorm. Jeder Tritt in den Hintern ist ein Schritt nach vorn, so ein Tritt kann dich ermuntern und hilft meistens ganz enorm. Er raffte sich doch auf, ja ja, und es fiel ihm sichtlich schwer. Jetzt musste er plötzlich laufen und dann kam er nicht hinterher. Schließlich gab er richtig Gas, man sagte sie mal dieser Strolls, er brauchte scheinbar diesen Tritt, jetzt hat er auch noch Erfolg. Jeder Tritt in den Hintern ist ein Schritt nach vorn, so ein Tritt kann dich ermuntern und hilft meistens ganz enorm. Jeder Tritt in den Hintern ist ein Schritt nach vorn, So ein Tritt kann dich ermuntern und hilft meistens ganz enorm. Jeder Tritt in den Hintern ist ein Schritt nach vorn, So ein Tritt kann dich ermuntern und hilft meistens ganz enorm. So ein Tritt in den Hintern ist ein Schritt nach vorn, Jeder Tritt kann dich ermuntern und hilft meistens ganz enorm. So ein Tritt in den Hintern ist ein Schritt nach vorn, Jeder Tritt kann dich ermuntern und bringt dich neu in vorn.